ein herzliches willkommen und hallo wir fahren gerade hier bei einem konvai mit der so aus jetzt schon fast 50 spielern ich glaube über 50 spieler und die stehen ja vor mir und hinter mir wir machen jetzt kurz alt es geht vom auf die karte klicken wir sind jetzt von stuttgart vom steinbruch bin ich erst später hinzugekommen darum habe ich mir unten ein trailer geholt und dann stehen wir jetzt hier haben jetzt also nicht so viel geschafft ich müsste langsam erfahren ja da hinter mir hupt schon sorry sorry wir fahren von stuttgart nach oslo zum hafen und jetzt hat auch die rote eingeschlagen so wer tanken will da kann er ruhig noch mal tanken das tun wir mal dann fahren wir da hinterher tun wir uns einordnen und dann fahren wir ein konvoi nach zack ja danke ja ist er gut ist er gut weil es in den konvoi reindrängeln die firma weiß nicht ob dir das hinter mir gefällt aber es war schon keine verbremsen mehr mal kurz jetzt rein zu drängen ich lasse den mal rein so ist noch jemand vor der ganze wird gesponsert von der konsec und von vsgo wenn ich mich alles nicht täuscht er ist der anführer der ganzen truppe hier ich wollte eigentlich ein live stream machen ganz gucken wie steht die vor uns hier der michael ger haben wir den doch wo 52 ms seire hat auch 55 ms darum haben die so geruckelt hat wahrscheinlich nur ganz leicht gebremst und dann ja das kann gut mal sein dann nur 26 weil wir so weit hinten fahren aber alles gut konvoi darf man wie gesagt nicht immer wieder wiederholen überholen die fangen jetzt wieder auf die straße ich möchte bitte meine alte stelle zurück das wäre sehr 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 lieb nämlich hinter diesem her dankeschön 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 weh 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 so wieder die ansicht und fahre zu sonst regt er sich hinter mir wieder auf der robert mattes der nimmt auch auf ihr könnt ja mal vorbeischauen beim robert mattes vielleicht ist er ja sogar ein youtube kanal glaube ich jetzt mal weil es steht rec was für recording steht das bedeutet er nimmt auf also nehme ich das glaube ich das auch dass er aufnimmt 31 ihrer nähe könnte immer mal ein chat und so ansagen was denn gerade so vorne an der spitze sache ist beziehungsweise wo wir lang fahren müssen fahren müssen und gebremst und so ich habe mein motor noch operiert stärkt 0 fach natürlich auch das haben wir eigentlich gar nicht so geguckt Joghurt 17 Tom habe ich auch hier nach Oslo geht es ja und dann habe ich leider Goetheburg nach Goetheburg nach Goetheburg hoffe die Musik ist nicht zu laut die neue playlist gibt es erst ab nächster woche ja die concept leute die regeln das ganze ach scheiße jetzt habe ich was vergessen ich wollte den spiel sound noch höher stellen das kann man ja nicht so einfach hier mit der in der fahrt raus tappen das geht ein bisschen schlecht jetzt geht es gerade ein bisschen flotter voran das können wir vielleicht mal bei der nächsten pause machen oder wenn die concept links blinkt da heißt es auch irgendwie links halten noch ein bisschen stop and go das gibt es nur hier sonst nirgendwo an Also, Bacon, Baby, du hast ja nimmer alle. Jetzt gibt's wieder auf dem Seitenstreifen weiter. Mensch, 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 was machen die denn jetzt hier? Na, ich war bei... Noch nie ist auf so einen richtigen geplanten Konvoi mit. Weil der Konvoi von... Der Abschiedskonvoi, da weiß ich jetzt nicht, wie das auf der großen Strecke abgelaufen ist. Weil da waren das ja über 200 Mann. Oh, jetzt stehen sie, ja? Ich möchte gern den Ingame-Sound herstellen. Warte mal, ich fahr ja mal ganz kurz raus. Dass ich die nicht blockiere. Optionen. Audio. Müsste eigentlich funktionieren. Ja, jetzt geht's wieder. Das funktioniert jetzt so besser. Oh, der hört ja ein bisschen her. Die Katzen schnurren. Oh, meine Kindern. Wir haben auch von Dortmund einen Hänger. Das wird nur bergab. Jetzt geht es ja ein bisschen besser. Ich werde mal hier die Spiegel ein bisschen einblenden. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren jetzt. Das ist so wie im Let's Play. Der hängt mir aber hinten noch ganz schön drauf. Ja, so halb. Das werden schöne, schöne lange Folgen. Mal gucken, wann ich auf die geradeaus weiter Richtung Leipzig schreibt der CONSEC Mitarbeiter. Dann fahren wir doch mal geradeaus weiter Richtung Leipzig. Licht haben wir an. Licht haben wir an. Lichttupe geht auch. Lichtschiff. 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 Ja, so ist das bei dem Konvoi. Eigentlich fährt ja noch einer mit aus unserer Firma, aber der hat sich ein bisschen abgemeldet. So, so, so. Wir lernen heute ein Nummernschild, lieber Mathis, auswendig kennen. Deo MW 1 3 5, oder? Was ist das? 5 9 5. Hab schon gedacht, die fahren wieder auf dem Seitenstreifen. Jetzt bin ich gespannt, wo sie hier, also den ganz großen Kreuz lang fahren. Geradeaus weiter Richtung Leipzig, danach rechts abfahren Richtung Leipzig. Okay. Ich glaube, heute werden wir nicht geblitzt hier. Heute werden wir nicht geblitzt. Oh, der Kreise. Die Kreise. Okay. Okay. Ah, Darum blinkt der. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt wissen wir warum hier nur eine 40 ist in diesem Kreislein. Philipp Schnee. Gerade aus weiter Richtung Leipzig rechts abfahren nach Leipzig. Ja, da haben wir ja schon gemacht. Wenn wir uns mal Tempo mahlt, hier auf 54 Stundenkilometer. Der bremst noch mal mit. Weil der hätte ich ja nicht die ganze Zeit am Arsch hängen. Aber der hinter uns will garantiert die ganze Zeit an unseren Arsch hängen. Will ich aber auch nichts machen, weil der Chef von einer anderen Firma, den will ich jetzt nicht reinreden. Weil der regt sich bestimmt auch auf. Und vor unserem Vorgänger ist ein bisschen was los. Und dort vorne ist jemand drauf gefahren? Sag gerade so aus. Ja. Ja. 29. Das ist noch guter Pingen. Vier Großkonvalle mit Aufnahme. Wird gerade Support gegeben, wie das hier abläuft. Und dafür ist die CONSEC da. Um den CONVOI zu regeln. Darum heißt es ein CONSEC für CONVOI-SECURITY. Wer sich das noch nicht gedacht hat. Jetzt fährt endlich mal los. Das wird wahrscheinlich so in halben Stunden Parts bringen. Ja, ja, ja. Für eine schille Landschaft hier draußen. Das ist es, was ihr Lieben. Ich spreche es dir. Warum steht es in halbenen Stadt? Äh, du? Du? Nein, ich warte. Ich warte. Ich warte, ich warte. Und meine Freunde zu dir. Mensch 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 und wir von der Träste abgebogen 50 Stundenkilometer Ah ne, das ist nur eine Wiederaufbacht Pff... Geradeaus weiter Richtung Erfurt. Da ist der Philipp Schnee. Ich habe gerade ein bisschen was rumgespielt. Nicht so praktisch gewesen gerade. Noch ein bisschen mehr hier achten was ich mache. Mathis nimmst du auf? Kann mir aber fragen. Nicht zurückfahren. Und warum fährt der ja zurück? Bin ich ja fast auf die falsche Taste gekommen hier. Mensch dann fährt der ja zurück. Hatte ich ja noch nie wo ich gebremst habe. Ob ich es auf dem Rückwärtsfahren liegt, das Bremsen, wenn ich da zu viel auf die Bremse drücke. Das ist sehr stark auf die Bremse gedrückt muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt die neue Plays kommt nächste Woche ab Montag bei den neuen Folgen. Die sind gerade noch in Produktion. Ich wollte den ganzen Tag wieder im Garten. Das heißt es wird eine lange Nacht. Und ich hoffe ich kriege alle Aufnahmen zusammen. Wenn nicht dann ist da auch nur ein Sonntag da. Weil Sonntagnachmittag habe ich mir freigenommen. Ist er wieder zerpflückt so der Gonvay hier? Mann ich komme immer auf die falsche Taste. Wie heißt der eine? Kilian. Ahja. Also es ist jetzt echt Zeit 8.52 Uhr. Wenn ich ankomme, hoffentlich vergesse ich das nicht. So 80 ist es ja laut. Ne 80. Schneller fahre ich nicht. Äh? Äh? Genau deswegen. Spitze. Ey. Geht's wieder an Fahrbahn ran? Schaut zumindest so aus. Du 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 du. Jetzt bremst doch nicht du Pfeife. Hehehehe. Mensch 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 Mensch. Mensch Mensch Mensch. Oh ja. Leon Carl. Hier ist ein Unfall. Was hatte der Leon Carl? Haben wir den hier auf dem Radar? Outfit. Du 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 description corps mor. ist der bacon baby der hat sich gerade aufgeregt leon 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 es übrigens die leute von der sinnlos geben die ganz vorne mitfahren der fährt jetzt vorbei das ist der philipp schnee noch einer von der konzik der daydorf muss man lieber auf meinen vordermann achten ich guck gerade dass er immer von der sinnlos gmbh hier nicht in irgendeine reihen 50 zweimal geradeaus weiter richtung leipzig wenn man das ding aus hier und 50 also runterpegeln tempomat an 65 50 ausrollen ich glaube es ist gleich bremsen neben müssen bremsen wurde ich gerade irgendwas gefragt ich habe es gar nicht gehört hier sind 50 fahrschaft 50 wenn konzik sagt 50 ist 50 wenn er sich jetzt hier reindrängen hier ist der leon karl finden wir jetzt noch mal leon karl nö 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 find ich nicht nö 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 Zweimal geradeaus, deswegen die werden gleich wieder nach links ausschwenken. Höchstwahrscheinlich. Guck mal, also, für das Sinn ausgeben, wer haltet schon wieder da drüber. Ja, die fahren hier rüber. Alles, du die... Gerade aus weiter Richtung Berlin. Äh, bremsen. Tje, tje, tje. Mal sehen, wie das Ganze ausgeht hier. Fährt der mir gerade hinten rein? Nein, 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 nein Tchau, tchau.